Wenn du wissen willst, wie du Gungnir, also Odin, Speer in Assassin's Creed Valhalla bekommen, solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn das zeige ich dir in diesem Video. Moin, mein Name ist Nico der Profi und heute geht es um diesen Speer hier und wie ihr ihn bekommen könnt. Im Prinzip müsst ihr dafür nur einmal die Story durchgespielt haben, beziehungsweise bis zu dem Punkt, wo ihr mit Sigurd wieder nach Nordwege reisen könnt. Und wenn ihr eben diese Quest abgeschlossen habt, könnt ihr nochmal zurückkehren nach Nordwege. Und zwar müsst ihr einmal hier hinreisen quasi, denn hier ist die Höhle, wo ihr den Speer bekommen könnt. Könnt ihr euch hier einmal markieren, da könnt ihr auch wieder mit einem Boot hinreisen und dann müsst ihr einmal wieder diesen Hügel hochlaufen und dann eben die Höhle betreten. Und wenn ihr die Höhle betreten habt, seht ihr so eine riesige Eiswand vor euch, die könnt ihr einfach kaputt schießen und dann weiter durch die Höhle laufen. Bis ihr zu so einer Gabelung kommt, wo ihr links oder rechts gehen könnt, ihr geht einfach links und quetscht euch dann durch diesen Feldspalt durch. Und ziggi ziggi, ihr seid ja schon bei Odin Speer, könnt ihn einfach aus diesem Stein bzw. Tor rausziehen und zack, er gehört euch. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen, Daumen nach oben wäre nice, das hilft dem Kanal weiter, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.